Seit letzter Woche ist es amtlich. Wie wir jetzt schon mehrmals berichtet haben, kommt der taiwanische Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, nach Dresden. Der TSMC-Vorstand hat am vergangenen Dienstag den Bau einer Chip-Fabrik in Dresden beschlossen. Diese Entscheidung hat auf viel Lob gestoßen, doch es wurden auch kritische oder skeptische Stimmen laut. Mit den Hintergründen zu der Entscheidung und den verschiedenen Meinungen dazu, will ich mich in den nächsten beiden Folgen des Wirtschaftsmagazins beschäftigen. Ich bin Ilung Huang und hier ist das Wirtschaftsmagazin. Zunächst noch einmal ein paar Details zu dem Projekt. Der Vorstand von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hat am vergangenen Dienstag die Investition von bis zu knapp 3,5 Milliarden Euro im Rahmen eines Joint Ventures zum Bau einer Halbleiterfabrik in Dresden genehmigt. Das heißt, TSMC wird die Fabrik nicht ganz alleine aufbauen, sondern es entsteht ein Projekt mit dem Namen European Semiconductor Manufacturing Company. Und diese wird zu 70% im Besitz von TSMC sein, während die Investitionspartner Bosch, Infineon und NXP Semiconductor jeweils einen Anteil von 10% halten werden, so TSMC in einer Erklärung auf seiner Webseite. Das heißt, jeder dieser drei Partner wird etwa 500 Millionen Euro in dieses Projekt investieren. Schon vor der Vorstandssitzung am Dienstag berichteten deutsche Medien, dass TSMC 5 Milliarden Euro von der deutschen Regierung für den Bau eines Werks erhalten würden, das sich auf die Produktion von Industrie- und Automobilchips konzentrieren werde. Nach der Entscheidung von TSMC berichtet das Handelsblatt aus Deutschland, dass zu den Formalitäten nach Informationen aus Regierungskreisen auch die Förderung der Bundesregierung gehörten. Es sei zugesagt, dass der Bund den Fabrikbau mit 5 Milliarden Euro unterstützt, hieß es. Die Finanzierung erfolgt über den Klima- und Transformationsfonds des Bundes. Zu den Investitionssummen sagte TSMC bisher lediglich, dass man davon ausgehe, dass die Gesamtinvestitionen in das Projekt 10 Milliarden Euro übersteigen werden, bestehend aus einer Eigenkapitalzufuhr, einer Fremdfinanzierung und einer starken Unterstützung durch die Europäische Union und die deutsche Regierung. Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es, die Ansiedlung von TSMC sei ein enorm wichtiges Zeichen. Das Unternehmen sei Marken- und Technologieführer und ein wichtiger Puzzlestein im Aufbau eines Halbleiter-Ökosystems in Deutschland. Auch handele es sich um ein gutes Zeichen für Deutschland als Investitionsstandort. So sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, hier haben wir ein schon länger etabliertes Unternehmen, das sich mit Tests von hochwertigen Produkten aus Deutschland beschäftigt, mit großen Investitionen, die damit verbunden sind und wo man auch richtig sieht, es geht voran in Deutschland. Ich bin also sehr zuversichtlich, das hier zu sehen und wenn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, diejenigen sind, die mir hier berichtet worden sind, dann sind die erstens lösbar, aber sie sind auch gute Herausforderungen, nämlich alle suchen Arbeitskräfte, Fachkräfte auf allen Ebenen, Leute, die mit der Hand ihre Arbeit machen, diejenigen, die als Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für unser Land. Kanzler Scholz spricht hier das Problem der Fachkräfte an, das Problem, das insbesondere in Taiwan diskutiert wird. Doch dazu komme ich an einer späteren Stelle noch einmal. Zunächst möchte ich noch die Reaktion der taiwanischen Politik erwähnen, die auch sehr positiv ist. So sagte Wirtschaftsministerin Wang Meihua, dass zum einen die neuere USA-China-Konfrontation und der Russland-Ukraine-Krieg gezeigt haben, dass eine Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten unvermeidlich sei. Zum anderen müsse Taiwan auf die ausländischen Kundenbedürfnisse reagieren und Fabriken im Ausland aufbauen, um die fortschrittlichste in Taiwan verwurzelte Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die Errichtung einer Fabrik durch TSMC in Deutschland bringe neue Möglichkeiten, gemeinsam mit deutschen Automobilchip-Herstellern zu arbeiten. Sie hoffe, dass Taiwan die Zusammenarbeit mit der EU und insbesondere Deutschland stärken könne. Sie sagte außerdem, dass durch die Errichtung einer Fabrik in Deutschland, die sich auf Automobilchip-Herstellung konzentriert, sich das TSMC-Werk im südtaivanischen Gauchung nun auf die Produktion fortschrittlicher 2-Nanometer-Prozesstechnologie fokussieren könnte. Damit weist Wirtschaftsministerin Wang darauf hin, dass in dem deutschen Werk nicht die neueste Technologie produziert wird. TSMC will in Dresden, wo das Unternehmen das entsprechende Grundstück laut Handelsblatt schon erworben haben soll, vornehmlich Chips für die Automobilindustrie produzieren. Diese neuen Fertigungskapazitäten werden von den in Europa ansässigen Kunden von TSMC, insbesondere in der europäischen Automobilindustrie, mit Spannung erwartet, sagt John Lawrence von der Marktforschungsgesellschaft YOLA. In Regierungskreisen hieß es allerdings, dass der Konzern bereits eine Weiterentwicklung der Fabriken aus sich gestellt habe, um Chips mit noch kleineren Strukturgrößen herzustellen. Doch bisher plant TSMC, die fortschrittlichsten Chips weiterhin nur in Taiwan zu produzieren. Warum die Bundesregierung TSMC so umworben hat, ist wahrscheinlich im Großen und Ganzen bekannt. Insbesondere das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck hatte in den vergangenen Monaten die Bemühungen um TSMC intensiviert. Habeck möchte Europa und Deutschland unabhängiger von China aufstellen, beziehungsweise man möchte verhindern, dass die Chip-Lieferungen aus Taiwan unterbrochen werden, zum Beispiel bei einem Angriff Chinas auf Taiwan. Der Vizekanzler fürchtet einen möglichen Angriff Chinas auf Taiwan, bei dem die Volksrepublik die Lieferung von Chips als Erpressungsmittel einsetzt, ähnlich wie es Russland mit Erdgas gemacht hatte. So ist für die deutsche Regierung und die deutsche Autoindustrie der Nutzen einer TSMC-Fabrik in Dresden offensichtlich. Doch was hat TSMC von einer Fabrik in Dresden? Bis vor etwas mehr als drei Jahren gehörte TSMC zu den geografisch am stärksten konzentrierten Technologieriesen der Welt, da sich fast die gesamte Kapazität innerhalb eines etwa 350 Kilometer Radius befand. Das heißt, die Fabriken und Büros des Unternehmens befanden sich zum größten Teil in Taiwan, sonst gab es nur noch Fabriken in China. Wie das Online-Finanzportal Money Control beschreibt, war das auch gewollt und von großem Nutzen für TSMC. Die Tatsache, dass sich die gesamte Fertigung in der Nähe des eigenen Standorts befindet, war für die Auftragsfertigung von Chips schon immer von Vorteil. Die enge Beziehung zwischen Forschung und Entwicklung und dem Betrieb der Fabriken, in denen die Ingenieure problemlos zwischen den Produktionslinien wechseln können, habe TSMC geholfen, ein schnelllebiger Zulieffrei in einer Branche zu werden, in der viel auf dem Spiel steht. Diese geografische Nähe innerhalb einer Branche, aber auch zwischen verschiedenen Branchen, ist, so kann man sagen, eine gewisse Spezialität der taiwanischen Wirtschaft. Viele taiwanische Unternehmen und Branchen haben durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Branchen oder innerhalb einer Branche, wie sie durch eine derartige geografische Nähe ermöglicht wird, sehr stark profitiert. Wenn jetzt TSMC seine Produktionsstätten auf der ganzen Welt verstreue, entstehe möglicherweise das Risiko, diese Vorteile zu verwässern, so Money Control. Und weiter sagt das Finanzportal, habe das Unternehmen seit der Gründung durch Morris Jung vor mehr als drei Jahrzehnten Kapitalpartnerschaften gemieden, um die volle Kontrolle über seine Geschäfte und damit über sein Schicksal zu behalten. Doch jetzt ist das Unternehmen auf dem besten Weg, eine der am stärksten diversifizierten Chip-Hersteller der Welt zu werden. Nicht nur, dass es in fünf Ländern auf drei Kontinenten vertreten sein wird, nämlich Taiwan, China, USA, Japan und eben auch Deutschland. Dazu werden die Fabriken eben auch teilweise in Partnerschaften mit einheimischen Unternehmen gebaut. In Dresden, wie erwähnt, in einem Joint Venture mit Bosch, Infineon Technologies und NXP Semiconductors und in Japan mit Sony Semiconductor Solutions Corporation und Denso Corporation. Dazu stellt Money Control die Frage, warum TSMC diese Fabriken überhaupt in Partnerschaft mit lokaler Unternehmen baut und dazu noch mit einer so starken finanziellen Involvierung der jeweiligen Regierungen. Wie Money Control schreibt, sei die Bilanz von TSMC solide, der Cashflow stabil und die Bonität hoch. Das Unternehmen bräuchte weder Kunden noch Regierungen, die ihm Geld geben, um diese neuen Anlagen zu bezahlen. Warum TSMC dann trotzdem Partnerschaften eingeht, diese Antwort gibt es dann in der kommenden Woche. Auch komme ich dann auf die möglichen Probleme und einige Kritikpunkte zu sprechen. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.